Es gibt ein Video davon, der wirft eine orange Scheibe, die fliegt und fliegt und du siehst sie nicht mehr. Und dann kommt sie irgendwann so wieder zurück. Drittes Drittel, nochmal 25 Minuten, Testen gegen FC Passau. Steht 2-1 für Wacker. Ja, prinzipiell schon. Ja, irgendwie, aber es war dann eh schon recht hell, um halb acht. Dann hat es ja mal total gering gehabt, aber dann Gott sei Dank um neune wieder aufgekehrt. Also vor acht bis neune hat es irgendwie noch ziemlich gering gewesen. Ach so, ja, weil, aha. Ne, der Florian ist hier. Der Florian ist hier. Ja, weil ich noch, weil ich das Ladekabel nochmal gebraucht habe. Das Ladekabel, weil die ja dreimal 25 spielen und da hat es uns nicht ganz gereicht. Ja, irgendwann war er dann da. Jetzt steht es 3-1 für uns. Ja, erstes Drittel hat der Simon gespielt und zweites Drittel und jetzt spielt der Tobi. Ja, also jetzt hat gerade das dritte Drittel angefangen. Nein, noch nicht, aber die letzten 20 Minuten dann. Kannst du dir mal bei der Gondel anrufen? Ja, keine Zeit. Tschüss. Tschüss. Bleib hinterher, Raum rein. Ja, Alex. Gut gemacht haben, gut gemacht. Jawohl. Schau, lieber. Auf Wiedersehen, Junge. Entschuldige, ich bin Alex. Tschüss. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Zwei Mann, Jungs. Zwei, Jungs, zwei. Zwei Mann, zwei Mann, zwei Mann. Da geht's oblivig. Okay, links, links, links. bout�lauer. Tschüss,первых. Quietschen Sie, ich komme. Hier, ich komme. Das ist der Weg! Das ist der Weg! Ich bin der Diagonale! Komm, geh in den Raum! Der Lernkirschulter! Festballen, Festballen! Ja, gut, Alex! Das ist der Weg! Das ist der Weg! Das ist der Weg! Der Weg! Der Weg! Der Weg! Knapp! Komm! 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 Mann, ich bin, weil du weiter aussteck! Mann, ich bin, weil du weiter aussteck! Wir haben hier vorhin noch! Mann, aus! Komm! 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 Jetzt musst du Druck machen! Jetzt musst du Druck machen, Jungs! Jawoll! Gut so! Genau! Rhythmische Zeitpunkt! Komm! Jetzt komm! Komm! Setz dich durch! Ja, klar! Gut, du gut! Komm! 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 Ja, du musst nur drei! Nein, es ist nur drei! Ja, es ist nur drei! Nicht nur drei! Ja! Tja! Ruhig! Ruhig! Nun, viderspruch! Ruhig! Jetzt geh rein, geh rein, komm! Bring her! Und wieder Ordnung dampfen, sehr gut, komm! Kommt einer rein! Komm, musst du den Raum tief fahren, stell! Die Maxi, hol dich noch mal! Komm, komm! Abwärts, abwärts! Ja! Geh rein, geh rein! Ja, da musst du! Rückraum, okay? Komm, der Maxi! Komm, der Maxi! Mach's gut, mach's gut! Mach's gut, mach's gut! Pass da, ja, sehr gut! Hey, Alex! Komm, der Maxi! Komm, der Maxi! Komm, der Maxi! Komm, der Maxi! Mach's gut! warm, wenn die Maxi! Dann muss er vorne lassen, trafen! Maxi, komm! Fabian, Bewegzeig, Schüler? Hallo? Ready. Komm, auf geht's. Wir müssen alle wieder rein. Komm, auf geht's, lass den Ball laufen. Matthias Norden. Machst du? Machst du? Machst du? Nomi! Ja, ja! Mein Gott, nein! Jetzt geht's! Seite! Ja, gut! So weiter! Schön, Nomi! Schön, Papsi! Komm, Ordnung wieder! Schneller, Papsi, kommst du! Schau, hinten, Rucke! Der setzt sich ja schön ab! Komm! Zeit, Tom! Ja, okay, Ordnung! Alex, schau, dass du so einen Ball flach spielen kannst, gell? Passt ja. Was ist das denn? Mach ihm auf, Ua! Mach ihm auf! Ua! Was war jetzt? Geht's ja! Was noch? Oh, Juni! Erster Ballkontakt vor! Der erste Kontakt drehen wir doch nicht! Das schritte Pfeift ist doch was anderes! Du sollst den ersten Kontakt nicht Richtung Mann reinmachen! Und den Bomben, wenn man den Brinki auch darf, der Brinki durchgekommt! Geht's noch? Komm! 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 Da ist das Loch! Da ist das Loch! Da ist das Loch! Jetzt geht's wieder! Jetzt geht's wieder! Ja! Rückraum braucht der Ohren, Alex! Rückraum! Ja, genau, Maxi, passt da. Raus da, raus da! Maxi! Ja, Tom! Tom, Tom! Hinten ist er! Tom, Tom! Bleib so einer, Tom! Komm, treff doch hinten rein, wenn der rauskommt. Der Samt will mal hinten bleiben. Hau die Matik rein. Ja, komm, hinter dir! Weiter, weiter, weiter! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Bewegen Fabi, Gabi, jetzt geht's umeinander! Geh! Geh! Geh, geh, geh! Geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Komm, hitt ihn! Halt! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Du musst doch hinten rein! Geh, geh! Geh, geh! Langsam, langsam, Joopa! Jooperei! Jooperei! Das ist ja immer schön dabei, nicht dabei! Das ist ja totaler... Warum lass ich die Boi nicht ausgehen? Joop! Jooperei, lass uns aus wie ein Boi! So, die Hälfte vom letzten Drittel ist vorbei. Ruhig, abholen, abholen! Vorhin war mal ein Tor, muss das 3-1 sein. Schon was von den Koffern gehört? Nein. Wenn jetzt zwischenzeitlich daheim keiner angerufen hat, aber wenn wir dann daheim sind, ich habe da gestern so einen Zettel und dann kann man mal Koffer verkleisen. Ich will die Kamera sehen. Ich will die Kamera sehen. Vorlassen, komm! Ordnung schaffen! Sehr schön Papst, jetzt gehts, jetzt gehts! Ja, das war schon gut, jetzt hat es rot, rot hat es. Gehts nicht mehr? Komm du, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Schöne, wir wechseln nochmal. Papsi, kommst du! Innen rein, innen rein Marco, innen rein! Reinkippen, Fabian, komm, komm! Florian! Weiter geht's, Kamera! Ruhig, jetzt spiel die Ball aus! Komm, komm, komm! Weiter, weiter, weiter! Rein da! Nicht nachlassen, Justin! Jo, der kippt aus! Probe! Probe! Thomas! Übernimm den Platz von Justin, lass dich fallen, wenn er nicht da ist! Okay Tom, merkst du das? Wenn er da lang spricht, dann bleibst du so lang, bis er da wieder... Nehmen wir ein bisschen rein, komm ins Zentrum, schau dir das Loch an! Wieder ein Zweikopf! Weiter, komm, weiter! Wieder ein Zweikopf! Uah, komm, eins! Ja, machst du, komm! Ja, Ursula! War gut! Ja, komm, dann kommt die Tiere wieder, Necki! Ja, war so! Die müssen wir euch langsam mit Schwenken auch dabei! Komm, lass den Mann stehen! Lass dich den Mann stehen! Geh näher zu Mexik, komm! Du solltest ihn hinschießen! Einfach immer schauen, was er macht! Mach den Raum da dicht! Ja, Fabi, Fabi, Fabi! Komm! Jetzt spiele ich Ball! Fabi! Ja, hoit! Ja, Maxi! Magsie! Magsie? Magsie mit Grau! numbersit! Magsie! So, Maxi, Glätte! Gastel! Gastel! Gastel, musst du mit Gastel! Gastel! Gastel, kommt einfach kurz, hopper! Flieger, der Rest! Ja... Ah, nein, er geht, Magsie, komm! Tja, 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 komm! Kein Langholz, Jungs! Jetzt spielen wir wieder Fußball! Kappe! Wenn der vor dir Raum ist, darfst du den Ball absetzen, dass du den Sechster praktisch machst. Genau, dass du da reingehst, wenn da keiner ist. Wieso nicht? Tja, 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 Tja! Tja, 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 Tja! Weiter, weiter! Halt ihn nicht, halten nicht, halten nicht! Bleibt locker, Jungs, ist es gleich vorbei. Fünf Minuten, Jungs, geht schon weiter. Komm, bei! Tja, Tja, Tja! Tja, Tja, Tja! Komm, jetzt kommt sie. Tja, 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 Tja! Was ist jetzt los? Tja, Tja! Komm, auf geht's, Fabio. Komm, komm, komm! Rolldamm. Jetzt kommt! Tja, 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 Tja! Tja, 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 Tja Tja, 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 Tja! Spannend machen. Viel zu hektisch, Jungs. Ruhig, ruhig! Ordnung schaffen! Komm ins Loch rein! Bleib, bleib, bleib! Bleib so, Fabi! Hinter dir, Marco! Hinter dir, Marco! Du, Flo! Fabi, Fabi, halt! Fabi, Fabi, ruhig! Wunder sicher! Ja! Und zack, jetzt komm! Ja, gleich! Hier, rechts! Ja, rechts! Gut! Hier, Fabi! Ah, warum? Wunder nicht doppelt! Marco, geh raus! Komm, geh, geh, geh! Torwart! Torwart! Hey, Viehmann! Raus, Robin! Geh raus! Torwart! 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 Druck, Maxi, Druck! Gut, Maxi! Ja, geh schön durch! Jawohl! Hier kommt man raus! Jawohl, Fabi, ein gutes! Gut so! Danke! Zwei Leute hin, Fabi, du auch? Komm! Wir brauchen aber zwei Leute hinten noch, gell? Zwei Leute brauchen wir. Maxi! Rechte oder linke Höhlen? Was ist los? Geh weiter! Maxi! Jetzt bitte einmal Zug! Komm, hinter Mann! Maxi, hier frei! Wieder kein Rechter da. Wir kommen! Komm, die Mauer, lauf! Gehen wir wieder, geh! Raus nach hinten! Raus nach hinten! Raus nach hinten! Komm mal rein! Lauf, führ ich die Mauer! Komm, geh mal rein! Lass er mir nach vorne kaputt! Komm! Das war der Zeitweg! Jawohl, jetzt geht's! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Du mit Ampfe! Woll, bis zum Teufel! Wir kommen hin! Ein Mann wieder! Ich hoffe, wir müssen es außen und verteilen jetzt! Marco! Hintern an den Mann gehst du hin! Der Maxi, dir fahr rein! Komm! Jetzt bist du fünf Meter weg, Marco! Nein! Geh, bleib! Schaf! Dafür, du bist zu weit weg. Jetzt schüssen wir uns näher ran. Jawoll! Gut, Uwe! So, 4-1 in der 23. Uwe Ceylon. Schön, Uwe. Guter 2. Ball. Guter Freistation. Rübe! 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 Ruh! 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 Tempo! Raus drehen! Marco, raus, drehen schneller! Dauert zu lange! Fünf Kontakte bis zum Abspiel, das ist zu viel, Jungs! Nein, das langt nicht. Der Ball nicht ins Rollen. Der muss rollen. Komm, reinschüren! Schneller, Ordnung schaffen! Komm, Marco, geh da hinten rein! Komm, Kevin! Komm, uhr, komm, uhr! Ja! Weiter, komm, Jungs! Weg da, weg da, weg da! Jawohl, genauso! Drehen! Ruhig abholen! Ruhig abholen! Komm jetzt, komm, komm, komm! Sehr schön! Mach nix, uhr, weiter! Flache Bälle! Die sind schwierig, sind auch immer die Haltung. Ja, da verlieren die zwei Sekunden dann. Verstehst du? So nimmst du eine Seite und dann nimmst du einen Ton mit. Aber sonst, gut gesehen! Jetzt schon! Leute, stopp! Komm, du bist alleine da! Komm, komm, rüberschieben! Hey, Maxi! Komm, drauf da! Drauf jetzt, Tom! Den holst du jetzt, komm! Exel! Ja! Maxi, tiefbleiben! Jetzt spiel nur rechts! Weck! 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 Weg! Verrieren, hoff die Ruhe! Das ist gut! Okay, los! Sehr lang! Zeit! Ja! 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 Absetzen! Schaust denn nach Hüten und gleiche Höhe! Nee gleiche Höhe! Komm! Nicht gleiche Höhe! Gut! Das ist nur der Balldampfe. Ruhig, ruhig, ruhig. Genau, Tom. Raus noch mal raus. Flache Bälle spielen, Jungs. Das ist wieder ein hoher Ball. Das sind nicht wieder so Kleinigkeiten, Jungs. Druck hin. Markus geht schon lang drüben. Raus, raus! Das dauert zu lang, Max. Geht hoch! Jetzt kommt es kurz. Wieder hoch! Zeit, Richard! Zwei Minuten. Trüber. Hat er angezeigt. Ach so. Die sind jetzt noch 25. Ruhig! Lampfe überlaufen und ruhig bleiben. Ruhig, Titter. Genau so, Lampfe! Ruhig! Ruhig, ruhig! Ruhig! So, jetzt müssen wir das schirm, nicht kommen! So, ich bin noch hinten zurückfallen, mach ich mal auf. Jawohl, Maxi. Komm, komm, komm! Jawohl, ist das gut, glaube ich. Dreh dich raus, jawohl! Jetzt geht's Zeit rum! Ach, schade! Ja, war schon gut, weiter! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! So, jetzt müsste gleich Schluss sein. Bleibt wohl beim 4 zu 1. Bleibt wohl beim 4 zu 1. Ja, wir sind schon vier Minuten drüber. Ja, wir sind schon vier Minuten drüber. Den gefällt er so zum Pfeifen. Super! Der Schiri hat recht, okay? Nein, lass ihn ein wenig spielen! Ja, ja, ist doch schön! Ja, ja, ist doch schön! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Okay, bis zum nächsten! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!